Hallo liebe Freunde der Seichenunterhaltung, ich habe eine neue Aufnahmemethode für mich entdeckt. Ich werde von jetzt an mit dem Camcorder alles aufnehmen. Quatsch, natürlich nicht. Ihr wundert euch vielleicht, warum meldet er sich jetzt wieder mit einem Video, wo ein bisschen was aus seiner Wohnung zu sehen ist oder auch vielleicht er selber eventuell. Das hat einen anderen Grund. Ich habe gerade ein bisschen Final Fantasy 7 aufgenommen und dann hat es bei mir an der Tür geschält. Dann bin ich hingegangen, eine Postbote. Er hatte ein Päckchen für mich in der Hand. Und, hm, natürlich angenommen und hier ist es. Wunderbar. Ja Leute, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Auf meinem Kanal gibt es mittlerweile eine Amazon Wunschliste. Rechts unter dem Uploadplan müsste der sein. Genau, direkt unter dem Uploadplan. Und da habe ich ein paar Spiele drauf gesetzt, die ich mir vielleicht selber bald holen würde, ähm, aber auch vielleicht einer Lust hat mir jetzt eventuell mal zu schenken. Und erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank an den guten alten Nicola Balboa, ja. Der hat nämlich mir quasi einen Wunsch von dieser Wunschliste erfüllt. Ich habe das Ding schon aufgemacht, wie ihr seht, um zu gucken, ob es wirklich dieses Paket ist. Er hat mir ja schon gesagt, dass es auf dem Weg ist. Und, ja, ähm, schauen wir doch erstmal rein. Was ist denn da so drin? Hm, oh, da hat man schon was gesehen. Oh, 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 oh. Das lege ich erstmal beiseite. Der übliche Papierkram ist da natürlich drin. Wie zum Beispiel, hm, Topweine zum Verkaufen. Ja, ja, mit einem Angebotspreis. Hm, ja, Amazon Shopping Club. Ja, klar. Egal, wichtig ist natürlich der Inhalt des Ganzen. Jawohl. Ihr seht es. Dino Crisis für die Playstation, Leute. Ein geniales Spiel von früher von Virgin Interactive und Capcom. Davon werde ich definitiv ein Let's Play machen. Keine Frage. Ähm, ja, vielleicht habt ihr mal Lust auf diese Wunschliste drauf zu schauen und euch mal zu vergewissern, welche Spiele hat denn der alte Rabe da drauf gesetzt. Aber ich sage von vornherein, das ist jetzt hier kein Aufruf zu schenken, mir was zu schenken oder ähnliches. Ja, ihr könnt euch nur mal so anschauen, was hat denn der Rabe so auf die Wunschliste gesetzt. Und, äh, eventuell kann ich ihm hier einen kleinen Gefallen tun. Wie gesagt, kein Zwang. Also, vielleicht schaut ihr mal drauf, vielleicht auch nicht. Viel Spaß auf jeden Fall bei den Videos und Dino Crisis wird definitiv bald kommen. Bis dahin, sprach der Raven Knight, nimmermehr. Bis dahin. Vielen Dank.